Ähm, so, was haben wir denn da? Dann kochen wir uns mal ein Rundes Fleisch. Dummdi-dummdi-dumm, so, dann müssen wir uns auch noch... Dann müssen wir uns auch noch was zu trinken besorgen. Na, ist es fertig? Ja, Fleisch ist fertig. Jam, jam, jam. So, ähm... Boah, jetzt was zu trinken, ey. Komm, zieh dir mal hier, zieh dir mal... Ah, hier, wir haben noch einen Soda. Oder wollen wir denn mal einen Schnepperkin? Ja, komm. Schnepperkin ist immer gut. So, ähm... Also, Loks brauchen wir jetzt. Ähm, dann gehen wir mal da rüber zum Bäumefällen. Boah, der ist schon... Ey, sag mal... Guckt euch das an. Wo ich das gebaut habe, da stand hier noch nix. Und jetzt ist das alles zu. Ist ja unglaublich, ey. Hm. Na gut, die Entwickler werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Dass das Wasser hier durchleckt. Okay. Zack, los, 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 los. Na los, du Holzfäller. Mach hin. Äh... Baum fällt. Okay, einer. Und... Zwei. So, wahrscheinlich kann ich die Dinger, die ich hier zum Stapeln abgestellt habe, sowieso an der Ecke komplett vergessen. So, und weiter geht's. Da hinten rollt schon einer. Hier geblieben. Ja, schön festgepackt. Da kommt der Nächste. Komm. Und weiter geht's. Wahrscheinlich wird das der schlechteste Platz zum Bauen sein, den man sich denken kann. Aber egal. Kann man dich wenigstens essen, oder kriege ich bei dir auch wieder nur den Schild. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Und der Nächste Baum. Komm. Mach hin. Komm. Ja. Ob man das noch mit einbaut, dass man davon erschlagen werden kann, wenn der Baum fällt, wäre auch keine Idee. Ja. Ähm, ne, das wollte ich grad nicht nehmen. Den wollte ich nehmen. Ah, immer dieser Weg zum Strand. Interessant, da ist Blut an der Axt. Liegt hier noch irgendwo? Nee, kann man nicht. Gut, na denn. Schon wieder Regen. Komm, mach hinne. Boah, wo fliegen denn die blöden Bäume mal hin? Oh, nee. Ah, da sind die. Nein. Scheiße, da kam einer auf mich zu. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Ich hab jetzt leider überhaupt nicht gesehen, wo die hin sind. Aber nicht mal in Ruhe ein Haus bauen kann man. Anstrengend seid ihr scheiß Kannibalen oder was auch immer ihr seid. Ja, habt ihr euch verpfiffen? Ja, habt ihr euch verpfiffen? Ja. Ja, habt ihr euch verpfiffen? Eat something. Mein Gott, du kannst nur ans Essen denken, ne? Hier kommt ein Snack. Mehr gibt's hier zuerst mal nicht. Sind die weg? Scheinbar. Ein Vögelchen. Sie scheinen sich verdünnisiert zu haben für den Anfang. Probier ich einfach mal was anderes. Vielleicht hab ich ja Glück. Vielleicht kann ich die Äste irgendwie... Äh, die Äste sag ich laufen. Die Baumstämme. Irgendwie da runter schubsen. Ja. Ja, genau so hab ich mir das gedacht. Ziemlich gute Idee, oder? So, sieben brauch ich noch. Also noch einen Baum. So. Das müsste dann langen. Ja, los. Mal in die falsche Richtung. Aber, ich schmeiß mir jetzt einfach mal hier runter. So. Und die anderen beiden holen wir auch noch. Einer ist hier. Einer hier. Das waren ja... Das waren ja... Das waren ja... Richter Gibi. Das waren ja sogar... Fünf. Baum. Ah, der ähne liegt jetzt immer noch da. Oh, ihr sollt runterkullern und nicht da oben liegen bleiben. Das ist ja wohl nicht zu fassen hier. Und da damit. So. Wie viel haben wir jetzt noch? Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs. Gut. Da lag ja noch einer. Dann nehmen wir den auch noch. So. Und jetzt... Bauen wir uns ein Hütchen, ein kleines Hütchen gegen die Kälte und gegen den Regen. So. Machen wir mal eine hier. Ach, da unten lag noch einer. Okay. Nein. Lauf. Wo ist er? Ach, du bist schon wieder so erschöpft, Keule. Meine Güte. Die Kälte. Die Kälte.